Also hinter mir sind 3, wo ich es gerade sehe Hinter mir sind 4 3 oder 4 Mein Spiel ist abgestürzt Dein Spiel läuft eh nicht ganz rund Hinter mir sind 3 Dann sind ich und er die Mitte Mein Freund sind auch 3 Dann hat mein Spiel gemeint Mein Spiel gemeint, du sollst irgendwas wichtiges machen 14 16 Uhr ist wie hier Ja das heißt um 18 Uhr ist Training Du musst dich halt an der Sparkasse sagen Berg anfahren ist immer ätzend Ja vor allen Dingen wenn die vor dir abbremsen Ja Oh mir ist so dunkel, ich muss Fernlicht machen Hier gehts grad aber schön bergab Hier gehts grad aber schön bergab Nicht Automan Ja Automan ist ja schon relativ lame Aber es ist wirklich niemand rechts gefahren ne Pilot Service hat alles gesagt rechts fahren Alle sind links gefahren Ja Kann sein dass der vor mir nicht zu denen gehört hat Oder so Keine Ahnung Aber das müssen wir selber erstmal regeln Aber die hätten auch schreiben können Dass die falsch sind Die haben dann einfach nur geschrieben die ganze Zeit Ja rechts fahren Als wenn das richtig wäre was die gemacht haben Als wenn das richtig wäre was die gemacht haben Und quasi so Mach die nächste rechts dann passt das auch Die nächste wiederum rechts Dann die nächste links Die nächste links Und dann fahren die wieder nach Verdammte mal zurück Wäre nicht so als hätte ich Im 12. Gang nicht 160 fahren Da hatte ich jetzt mal für 2 Sekunden eingestanden Boah der von mir leckt schon wieder hart Jetzt Ah Mann Jetzt heckt der von mir auch wieder Go left at the traffic lights Ja kann man machen Find ich okay Das hier sind nicht die traffic lights Also das meinte er Also das meinte er Nee das meinte er nicht Der meinte da vorne Nee 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 Da meinte er geradeaus fahren Weil da sind auch keine Ah ja da sind auch noch keine Ja gut Beschreib die überhaupt Also das ist auch nicht der wo die Nachrichten schreibt Welche Ampel meinte er? Oder meinte er das da hinten? Ja ich denke schon Weil da war keine Ampel Aber es fühlt sich gut an irgendwie So weit vorne ins Nummer So weit vorne Du wärst einfach in der Mitte Alter hast du grad geleckt? Alter du hast grad geleckt Bei mir hat es war eigentlich der vor mir geleckt Aber Nee du hast geleckt Unnormal Echt? Aber bei mir hat nämlich Nur der vor mir geleckt Sonst niemand Weil ich bin kurz TURN LEFT Wie das jetzt kommt Ihr müsst jetzt da längst am B Oh, Erik ist hinter mir Oh, es gibt Essen bei mir Tschüssi Bye bye Ich muss aber mal gucken, wenn wir in Swans sind Ich würde am liebsten ausmachen, wenn wir irgendwo wirklich halten Alter, sind wir dicht aneinander Ja Sie stürmen auf bei den Bremsen Ach, wir sind gleich da Perfekt, wir machen Swansies Zwischenstopp und dann kann ich wieder essen gehen Yay Ich glaube, ich habe auch ein Computerspiel für heute Sogar laut Ja, aber nicht für uns Ja, ich habe ein Mikrofon ausgemacht PS ConvoiTronWrites Als Als Campi Ja, gut, dass ich die Namen nicht angezeigt habe Ah, hier vorne Der hat aber auch sehr stark abgebremst Ja Das stimmt Hast du gefuckt? Ja Er hat sich zwar entschuldigt, aber Hä? Wieso treffen wir uns da hin? Also ich bin bald in Swansie Wir sammeln uns hier und fahren dann weiter Aber ich geh dann essen Mal wieder Hör dann auf Hör dann auch auf? Ach du musst schwimmen, ne? Ah nee, das ist noch gar nicht Ja, aber ich habe gerade keine Löschweiter zu spielen Achso Der Auftrag geht ja nur noch 20 Stunden Scheiße Ich war mir nicht sicher, ob ich an dir vorbeikomme Ich war mir nicht sicher, ob ich an dir vorbeikomme Ja, ich dachte auch schon, ich könnte durch den einen durchfahren, aber noch nicht so Ich darf nicht sonst mit dem Mikrofon atmen Achso, tschüss Das war's jetzt Tschüss intriguing Und 是 K K Vielen Dank.